Hey Internet und YouTube, wir sprechen mit Dingens über den großen Wurf, über den Teich. Über den Lavateich. Lass uns den großen Wurf über den Lavastrom starten. Du hast recht. Wir müssen uns beeilen, bevor die Schatten noch näher Unheil anrichten. Folge mir zum Lavastrom. Dort werde ich dir erklären, wie das Ganze genau funktioniert. Du kannst sie nicht retten. Meine Zeit ist gekommen, in die Welt zurückzukehren und meinen Platz einzunehmen. Komm nur her. Ich warte. Warum kommst du nicht her? Mach dich bereit. Ich werde uns nun hinüber teleportieren. Fang an. Gut. Holen wir die anderen Krieger. Und versammeln uns erst einmal hier oben. Ich will nur dieses Schwert holen. Nun ist es soweit, meine Freunde. Heute zeigt sich, woraus ihr gemacht seid. Hört ihr den Ruf des dunklen Kriegers, oder werdet ihr in der Finsternis untergeben. Der Feind wird nicht lange auf sich warten lassen. Nehmt eure Waffen, dunkle Krieger, und treibt das Unheil wieder zurück in die Löcher, aus denen sie geknarchen kamen. Oh, das ist cool. Wir sind mehrere. Alle gehen auf mich los, oder? Hey, was ist hier? Oh, ich mach Teleportation. Wenn ich mich... Okay, das könnte nervig werden. Ich mach das ziemlich oft. Oh, die haben null Chance. Schaut her, ich hab den Finisher. Boah, das war doch ein Roundhouse-Kick, du. Geht das jetzt echt die ganze Zeit dann? Okay, gut, gut, gut. Ihr müsst ihn angreifen, wisst ihr? Ich spüre förmlich, wie die... Oh, na, das wollte ich nicht. Hier, die... Die Waffen, Bones. Ich nehm die Waffen. Irgendjemand gibt dafür komischerweise immer 10 Goldstücke aus. Also, von daher... Wir liegen ja einfach so rum, aber warum nicht, ne? Wir sind rum. Wir sind billiger rum. Ihr wisst, dass ich eigentlich hierhin... Hierhin will ich. Jungs. Gehen wir in die richtige Richtung? Ich muss hier... Ich muss hier rüber. Jungs. 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 Na, geht mal weiter. Oh, shit. Oh, wow. Seelenfresser. Mama. Jungs. 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 Okay, der folgt mir nicht, der Typ. Aus deiner Haus mach ich mir ne Mütze. Warte, ich muss die Waffe ziehen. Oh, da kommen auch noch die Viecher. Ach, der ist tot. Ist ja gut, ist ja gut. War easy. Ich nehm die Waffen. Ich hab keine... Ich weiß, dass du keine Zeit hast. Wir sind hier voll beschäftigt. Erst mal hier... Einen Schluck Essen, was? Was machen wir hier jetzt? Ausruhen? Wie geht's jetzt weiter? Irgendwo in den Ruinen im Süden bevor er noch mehr Unheil anrichtet. Sag mir einfach, wann wir mit dir in die Schlacht ziehen sollen. Wir werden auf dich warten. Okay. Na, das ist ja super. Dann wartet mal hier. Wartet mal hier, Freunde. Ich hab hier was mit Bones noch zu erledigen. Ich will die Klinge haben. Ähm. Warte mal, ich wollte die... Ich wollte das Ding. Na, wo bin ich? Wo bin ich? Ich habe mich bei Bones. Wir haben ihn gleich. Der steht nicht mehr. Der Schuss ging noch daneben. Der Schuss ging noch daneben. Oh nein. Das ist jetzt finster hier. Das ist aber ganz schön finster. So, das Hauch. Das klingt gut. Zieht ihm gegen seine Energie ab. Dankeschön. Ich sehe gar nichts. Ich sollte mir wohl die Fackel reinziehen. Und zwar, wo hinter mir das statt den Papageien gedanzt hier. Hier. Dankeschön. Oh! Oh, mein Herz. Doch. So, so, so. Oh, wie komme ich hier rein? Sorry, Bones. Hier. Jetzt schlage ich ein paar Sheddle ein. Was denn? Was machst du? Was? Bones? B... B... Bones? Sieht interessant aus. Oh, shit. Oh, man. Muss ich den ganzen Weg rundherum gehen? Oh, wow. Ich muss den ganzen Weg rundherum, damit ich dort hinkomme? Das kann nicht sein, oder? Ich glaube es jetzt nicht, oder? Dann muss es doch noch... Das wäre anscheinend... Oh, shit. Shit. Wie habe ich das überlebt? Wie habe ich das überlebt? Oh, shit. Ich bin... Oh, Gott. Bones. Er ist hier. Ganz schön hartnäckig, die Bieste, noch immer, du. Das ist... Echt hartnäckig, du. Den dir echt hartnäckig. Fingerfertigkeit steigern. Oh, Mann. Da steht nichts von dem... Ding dabei. Zweiten Wahnsinn. Da steht nichts davon dabei. List. Einfluss den Schaden hier. Das wäre natürlich auch interessant. Na ja, aber gut, aber Schlösser knacken ist dabei, also von daher. Jetzt schlage ich ein paar Schäden. Nee, du, ich habe keine Zeit. Jetzt nicht. Nee, jetzt setze ich mich hier nicht hin. Du hast doch recht, das wäre doch absolut... Ich sehe nichts. Oh, komm, jetzt. Kreis. Ah, dieses Teleportation-Ding macht mich ganz irre. Oh, wir haben Verstärkung. Ja, das war's dann wohl. Oh, was hat er gerade noch erlebt? Das muss ein Traum sein. Das kann nicht wahr sein. Hab ich die Zeichen doch richtig gedeutet? Der Vogeldreck auf meinen Klamotten, die vergammelte Rübe. Kein Zweifel. Die Götter müssen dich geschickt haben. Die Götter? Die haben schon lange niemanden mehr geschickt. Papa la papp. Das Dach unserer Hütte hat gestern dreimal geknackt. Das muss doch etwas zu bedeuten haben. Absolut. Ja, du solltest das Dach reparieren. Nein, nein, ich bin mir ganz sicher. Du wirst uns von den Schatten befreien. Gab es in letzter Zeit Angriffe der Schatten? Es gab einen Ansturm der Schergen. Zum Glück konnten wir uns in der Hütte verbarrikadieren. Owen hatte es nicht geschafft. Der arme Teufel dachte wohl, er könnte sich ihnen entgegenstellen. Hoffentlich ende ich nicht wie er. Owens Vater, der alte Graham, kann einem ganz schön leid tun. Du scheinst sehr abergläubisch zu sein. Abergläubisch? Nein, ich bin einfach vorbereitet. Ich trage immer meinen Glückslöffel bei mir. Und siehe da, ich lebe noch. Glückslöffel? Ist das dein Ernst? Ach, du bist doch nur neidisch. Mit dem Löffel ist man ein gemachter Mann, sage ich dir. Wenn du willst, verkaufe ich ihn dir für 50 Goldmünzen. Scheinst ihn bitter nötig zu haben. Äh. Glaub mir, du wirst es bereuen, wenn du den Glückslöffel ausschlägst. Also, was sagst du? Na schön, gib schon her das Ding. Ah, hast du. Und wer, der taugt nichts. Der taugt was. Seele plus eins, deswegen haben wir es gemacht. Wer schläft hier? Graham. Ja, super. Danke für den Glückslöffel. Ich wollte eigentlich nur das Wasser trinken. Sorry. Okay, wir haben hier noch... Oh mein Gott, das ist ein weiter Weg. Aber hier müssen noch irgendwo die... Oh shit, dann machen wir jetzt noch. Ja, das wird Zeit, aber wo war denn das? Grüne Flammen, oder? Und hier kann ich die Bücher des Bösen, das will ich, ne? Genau, das ist jetzt hier und dann komme ich ohnehin direkt hier hin. Dann müssen wir die Seite zuerst machen. Ich hoffe, wir schaffen das alleine. Guck dir das Lagerhaus an. Das steht ja fast noch. Ich hätte das auf jeden Fall besser hingekriegt. Okay, okay, okay. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Gute Idee, mein Freund. Immer schön einer nach dem anderen. Das hätte hier ist wunderschön deprimierend. Oh, Jesus Christ. Oh, das war ein Doppelschleifdorf. Achtung, jetzt komme ich. Ja, das war Moorholz. Was machst du denn? Musst du das jetzt tun? Ja gut, dann mach das. Das will ich jetzt nicht davon abhalten. Wir haben schon zwei, wir haben schon zwei. Hey, ich hab... So ein Sack. Komm, wir müssen wieder diesen Doppelschlag machen, mein Freund. Wo kommt ihr mal alle her, du? Ein langer Part wieder. Tja, ich hab... Doch. Pieselkopf. Genau, das hab ich gemacht vorhin. Mit dein Ruhm, mein Nied Ruhm. Das ging schnell. Verdaufte Schatten. What is this? Holy shit. Oh, okay, das ist ziemlich heftig hier. Oh, okay. Oh, was ich auch hier immer daneben schlage. Was auch immer ich hier gerade gemacht habe. Jetzt hör mal auf mit dem Opferfleisch hier. Wir sind... Ich bin hier voll beschäftigt. Permanent. Ich bin hier permanent beschäftigt. Sorry. Ich wollte das nicht. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Wir können ganz Antigua und Kalodor mit Mützen versorgen, wenn wir hier fertig sind. Ja, das war's. Noch ein Stückchen weiter, mein Freund. Und hier kommen die nächsten Gegner. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Gehen wir beide auf einen? Das ist gut. Oh shit, da hinten ist noch so ein Vieh. Zurückzug, rückzug, rückzug. Jetzt zu denen hier. Immer einer nach dem anderen. Und finish him. Hi, Bones. Fünf. Was ist denn jetzt bloß nicht hier bei dem Typen wieder? Okay, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Lockbuch, Baby. Achso. Okay, vorne und rechts. Überhaupt kein Problem. Genau bei dem Viech vorbei. Ich wusste es. Hier ist ein Viech. Das bedeutet, hier unten ist ja auch irgendwas, oder? Oh shit. Oh shit. Wachhunde. 15 Wachhunde. Haha. Ich kann sich die anderen angreifen. Perfekt. Perfekt. War brillant. Nicht den Hund an. Ich muss das hier erledigen. Bones. Bones. Da greift es jetzt hier an. Nein, bau uns. Lass es gut sein. Schatten. Ach, da kommt noch, da kommt noch, da kommt noch, da kommt noch was auf uns zu. Oder, oh, wir beide gehen im Halt warm. Gib dir das. Ah, vier. Da sind ich noch ein weiteres. Okay, ich dachte schon. Schön ausholen, Bones. Denk immer an deine Mützen. Erledigt. Sehr gut, Bony. Sicher schon 200 Gold, der 150. Hier ist aber auch gemütlich anscheinend. Oh. Die geölte Kurbelwelle. Ist in Ordnung. Na, Gott sei Dank habe ich den Besen hier. Warte, 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 warte. Schwere Goldsack. Gold Bones. Wie viel von einem wohl übrig bleibt, wenn man von dem Turm runtersp... Shut up. Oh, Lichtbringer. Yes. Whatever this is. Ich räume hier voll ab. Kompliziertes Schloss. Warte mal, 60 von 70. Habe ich nicht... Habe ich jetzt noch einen... Ah, das war schon Schlösserknacken. Plus 10. Von daher. Das auch. Da kann ich nichts mehr... Okay. Knappe Geschichte. Ha, und hier haben wir Schlösserknacken jetzt noch genommen. Das reicht jetzt aber nicht, oder? 65. Ganz schön fies. Ganz schön fies. Aber hey, wenn ich das steigere und ich habe hier 20, dann muss ich... Das nicht so hochfetzen, oder? Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich habe einen Ohrring. Das reicht ja auch bis jetzt. Hier habe ich plus 10. Hier habe ich auch plus 10. 20. Naja, ein bisschen halt. Okay, wir haben das auch erledigt. Logbuch. Dann gehen wir jetzt hier entlang. Hilft dir nichts. Den ganzen Weg, wie... Wenn ich komme, dann kommt man doch von der Seite. Und ich habe es nicht gesehen. Hier kommt man durch. Wo könnte es ruhiger sein, bei uns? Rechts oder links? Ich glaube, es ist ziemlich wurscht. Ich glaube, es ist ziemlich wurscht. Wolltest du gerade ausholen? Ich mag das, wenn wir gemeinsam... Hey, hey, hey. Wenn wir gemeinsam zuschlagen bei uns. Gemeinsam ausholen und dann zuschlagen. Ja, ich war schneller. Das könnte ich mir auch stundenlang ansehen. Vielleicht will ich ein Video hoch, wo er das macht. Ein 10-Stunden-Modus. Ihr kennt ja die berühmten... Berühmten 10-Stunden-Videos. Genau so. Wart auf dich. Hey. Da wollte er das doch klapp machen, der kleine Hauding. Und die Schattenwaffe nicht vergessen, Boney. Sorry für die Teleportation. Manchmal übertreibe ich. Okay, hier sind noch zwei... Warte mal, ist hier Gold? Schade. Hey, lass mir auch noch was übrig. Warte, Bones. Ich hoffe, diese Waffe ist ein ganzer Ärger wert. Na, besser wird sie ja wohl sein, oder? Wenn man hier anscheinend ohnehin nur... Warte mal, Bones, ich bin schon hier. Wien kommt, muss sie ja wohl was. Bessere ist alles. Soll ich mir dann keine kaufen? Na, wie kann ich mir mehr Raum kaufen? Der steht nicht mehr auf. Hi. Verdammte Schatten! Wow, what? Was machst du denn hier für Sperrenzchen? Spuckt mich hier an. Ich glaube, ich bin schlecht gegessen. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Das ging schnell. Ah, Vorsicht! Nicht, ich habe... mit dir runterfallen. Mit dir runterfallen, du. Das wäre ja... Wenn du den Finish Move an einem Abgrund machst, kriege ich Bauchweh. Nach oben gehen oder nach unten gehen? Achtung, jetzt komme ich! Nach oben anscheinend. Nach oben anscheinend. Oh, Bones, wir beide. Müsste es nur noch aussehen wie Patty. Und nicht meine Schwester sein. Natürlich, das wollte ich natürlich noch. Ist hier noch jemand? Bones? Gleiches Setting wie beim Grimoire. Wow. Wow. Hey, wie kannst du das... Warum steckst du da bei? Wie kannst du das Bounce antun? Wie kann ich daneben schlagen, wenn du direkt von mir bist, hm? Bist du wieder am Kämpfen bei uns? Ich bin hier gerade... mein Besteck einsammeln. Ah, das war doch falsch. Ist doch anders. Aber hier ist eine Zuge... ...die ich nicht. ...die ich nicht öffnen kann. So viel dazu. Ach, da hinten ist noch ein Skelett. Oh, ich bin im falschen Haus. Oh, ne Voodoo-Puppe. Ja, Papageienflug. Den brauche ich unbedingt. Ich meine, ich könnte mich natürlich jetzt... Ja, weißt du was? Der Platz ist ja frei. Nicht wahr? Übermenschliche Reflexe, das habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. Warte. Fünf Bounce. Sechs. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Glaubwoll. Und da habe ich ihn wieder reingeholt. Exzellent. Oh, ich habe ihn sowieso gebraucht. Oder was? Was ist im Flug? Und ich dachte, das wäre jetzt besonders raffiniert gewesen. Ähm. Ich glaube, Bounce braucht Hilfe. Aber ich bin so ein wunderschöner Papagei. Was auch immer das war. Hat das irgendwie viel gebracht? Naja, fast. Was? Oder das war... Oh shit. Oder das war der, gegen den er natürlich die ganze Zeit gekämpft hat. Könnte natürlich auch sein. Nein. Na. Und auf der anderen Seite brauche ich den Ruben. Also kämpfe ich. Bounce jetzt. Ja, spiel nicht mit deiner Beute. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier alles erledigt haben. Aber wir können uns jetzt eigentlich zurück teleportieren. Schauen wir noch, ob irgendwo Gold liegt bei uns. Hast du irgendwo Gold gesehen und sagst mir nichts? Kann das sein bei uns? Ritual dran. Yay. Würdest du sowas machen? Oh. Oh. Wenn das nicht dieser Zauberspruch für das Geisterritual ist? Deine Haut haben wir eine Mütze! Was machst du hier oben? Was? Was ist mit dir? Na super. Hier hast du wahrscheinlich nichts oben, oder? Scheiß Schatten. Warum sind hier so viele Schädel drinnen? Bounce. Ich will hier mal kurz den Ausblick... Ne, will ich nicht. So wie ich mich kenne, fall ich hier runter. Und... Das wäre auch nicht entzückend gewesen. Sorry für die Teleportation, Bounce. Manchmal habe ich mich nicht unter Kontrolle. Manchmal habe ich mich nicht unter Kontrolle. Oben war ja auch nichts mehr, oder? Okay. Ich habe das bescheuerte Ding gefunden. Das gefunden. Das gefunden. Wir haben alles hier, oder? Lock hoch. Die Leuchtfeuer. Also, Drake. Okay. Ja, gut, 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 gut. Deine Teleportation Time. Hoffen wir mal, dass es da hinten keins gab und ich nicht wieder dorthin muss. Obwohl der Typ da unten in seiner Hütte... Ey, warte, das ist ja das beschissenste... Das beschissenste Haus... Grundstück, was du dir aussuchen kannst, oder? Wer macht denn sowas? Hi. Mason. Finn. Meldrick. Winter. Winter. Aber genau der ist nicht hier, oder was? Na gut, einer muss ja wohl anscheinend dort aufpassen, nicht wahr? Noch mal zum Geisterritual. Ich glaube, ich habe den Zauberspruch für das Geisterritual gefunden. Tatsächlich? Woher hast du ihn? Ich fand ihn in alten Aufzeichnungen eines dunklen Kriegers in den Ruinen im Osten. Ja, das ist der Zauberspruch, wie es in den alten Schriften vermerkt ist. Gute Arbeit, mein Junge. Okay, bevor wir das hier machen... Okay, wir werden dann wahrscheinlich noch 10.000 Mal durchkämpfen, oder? Bis wir dort sind. Aber das machen wir trotzdem in den nächsten Part, ja. Warte. Der Papageienflug. Best thing ever. Super. Das ist eine Truhe, Freunde. Hat die keiner aufgemacht? Dann mache ich es. Ich meine, wenn keiner will... Ich nehme es. Oh, wartet. Jetzt müssen wir uns das Ding ansehen. Ich habe überhaupt... Okay, die Ding vergessen. Jesus Christ. Heißt... Donnerschlag. What? Schwerter. Nutze die Kraft des Donners im Kampf gegen deine Feinde. Was? 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 Das ist als... Hand? Okay. Ich verstehe nicht ganz. Schwerter? What? Okay, Krönungsschwert wieder zusammenfügen. Aber nicht... Hier, sondern bei einem Schmied. Oder wie? Wahrscheinlich bei einem Schmied, oder? Wahrscheinlich bei Wilson. Zeig doch mal. Zeig doch mal. Wo ist er denn? Wo ist denn? 32. Ist doch gut. Ach komm. Ich hab noch einen Stein. Sehr gut. Zerbrauchende Klinge. Hier. Gold wert. 1000. Schaden. 45 bis 90. Ah, das ist das gleiche. Das ist es also. 45 bis 90. Gold wert. 1000. Ja, das ist doch. Gut. 45 bis 90. Und ich hab hier. 20 bis 40. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Spielstand wurde erstellt. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Was ist das so developed. Mila. Im. Im. Vielen Dank.